Wann wird es mal endlich Tag? Wann wird es mal endlich warm? Wann hört es zum Regnen auf? Wann gerührt sich dieser Wind? Wann legt sich denn dieser Sturm? Wann kommt endlich einmal ein schöner Fächer mehr im Fernsehen? Wann ist es endlich so weit? Wann wird es mal wieder hell? Wann wird es mal wieder hell? Wann wird es mal wieder rot? Warum ist die Leitung tot? Wann wird es mal wieder richtig laut? Uh, lustig und wird scheiße gebaut? Geht ihr vorher nochmal auf? Oder Ende Lebenslauf? Wann sitzt denn der liebe Gott in einer Talkshow? Dann ist es endlich so weit Wann wird es mal wieder hoch? Wann wird es mal wieder hoch? Untertitelung des ZDF, 2020